Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Photoshop Tutorial. Mein Name ist Lars und diesmal geht es darum, wie man ein Tattoo an einer Person anbringt. Das war mein Ergebnis. Wir schauen das Ganze mal, wie das Feuer aussah. So ohne Tattoo und so mit. Und dieses Tattoo werden wir jetzt hier anbringen. Das Ausgangsbild und das Tattoo hier werde ich jeweils als Link in die Videobeschreibung packen. Fangen wir mal an. Ich bleibe mal als erstes diesen Ordner hier aus, wo das Ganze drin ist. Nehme mein Tattoo, markiere mir alles mit STRG und A, kopiere alles mit STRG und C, gehe auf mein Ausgangsbild und füge alles mit STRG und V ein. Als erstes, wenn ich die Sub, wie das Tattoo hier auf eine neue Ebene kopiert, gehe dann hier in den Ebenenmodus und stelle das Ganze hier auf Multiplizieren. Dann ist das Ganze schon mal durchsichtig, der Hintergrund ist weg und die Farben passen schon mal für die Haut. Als nächstes, wenn wir natürlich die Ebene hier wieder auswählen, können wir das Ganze hier verschieben, drücken dann STRG und T. Das Ganze ist frei zu transformieren und mit gedrückter Shift-Taste verkleinern wir das erstmal und schieben das auf unsere Position. Jetzt können wir das Ganze noch drehen und anpassen. Ungefähr muss man dann die richtige Position raussuchen, die man haben möchte. Machen wir es mal so. Danach klicken wir mit der rechten Maus, das ist hier drauf. Und gehen auf Verkrümmen. Jetzt bekommen wir dieses Gitter und dieses Gitter müssen wir jetzt um das Bein legen. Sozusagen, dass das Gitter um das Bein herum zugelegt wird. Dass es etwas realistischer aussieht. Dann verschieben wir das so, dass das Gitter um das Bein gelegt wird. Und sich aufpassen, dass das Tattoo nicht zu breit wird. Und ich würde sagen, so können wir das lassen. Das Ganze jetzt etwas herum zugelegt mit Enter einfach bestätigen. Jetzt können wir die Position noch anpassen. Können sie auch so lassen. Ich lasse es mal so. Als nächstes haben wir die Ebene noch ausgewählt und gehen auf die Deckkraft. Jetzt können wir die Deckkraft so anpassen, wie intensiv wir das Tattoo haben möchten. Stellen wir es mal auf 65%. Dann gehen wir nochmal oben auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Kauscher Weichzeichner. Wir gehen hier in Radius von 0,2. Mit OK bestätigen. Jetzt ist das Ganze noch etwas weicher. Und somit haben wir das Tattoo erfolgreich auf eine Person gebracht. Sieht doch ziemlich realistisch aus, finde ich. Und das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Ich danke fürs Zuschauen.